Die Pflanzen abregnen lassen. Hier haben wir unsere Tracena, die Kräuter mit dem frisch umgepflanzten Kaktus, die Orchidee und weiter geht es mit dem Pflanzpokal, dem Gummibaum, der schönen Spatikulum, Hortensien und die vielen Feigen. Und eine tolle Kanarische Dattelbalme. Und die Kräuter. Eine schöne Tacoma Violet Feige. Und wo mehr Lichter ginge. Und wieder ganz viele Feigen. Ein Pflanzpokal. Und Strohblume. Jetzt auf. Und die Balme. Der Balmpfand. Zuccas Revoluta. Ach, unsere Kräuter. Currykraut. Fertig. Fertig.